Mit dem Hammer kann ich eh nicht so viel anfangen, obwohl verkaufen könnte ich den. So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Culling. Und, oh man, es geht wieder los. Ja, äh, huch, ruckel, ruckel, gerade war noch alles frisch. Ich glaube, der muss sich gerade noch ein bisschen regenerieren. Und wie man hier offensichtlich sieht, bin ich heute nicht alleine, denn links sieht man den Donner 1, 2, 3. Der ist leider aber nicht in der Aufnahme dabei, da der gute Donner leider weder Mikrofon noch sonst irgendwas in der Art besitzt. Und deswegen müssen wir hier über den Teamchat kommunizieren. So, Teamchat for the win, kann man ja mal schreiben. Und ja, der Donner ist trotzdem da und ich wollte den Korbmodus mal testen und ich muss sagen, es macht echt Spaß. Da oben sieht man eben dieser, äh, dieser weiße Diamant. Man nennt diese Form ja teilweise oftmals Diamant. Ähm, da, äh, sehe ich eben, wo mein Teammember ist. Jetzt hat er sich einigermaßen gefangen. Äh, und man sieht es ganz klein da hinten leuchten. Also, sein Körper sich da hinten quasi leuchten. Durch die Wände und so weiter. Äh, nur weil ich den Wallhack anhab, natürlich soll ich da hoch? Schaffe ich, ne? Er ist eh noch ein bisschen weit weg. Deswegen gucke ich mal, ob ich da, ob ich da, ob ich da hochkomme. Das Problem ist nur, wenn ich da auf ein Zweierteam treffe, dann bin ich quasi, ja, gefickt. Kann man sagen. Dann war es das für mein Dasein. Und ich muss auch erwähnen, ich, äh, freue mich, dass The Culling wirklich so gut angekommen ist. Das hätte ich nicht gedacht. So ist, klar, das ist ein neues Game. Viele suchen gerade nach, äh, ja, schlagfertigen Argumenten, das Spiel zu kaufen. Dafür müsste man sich ja die erste Folge bei mir angucken. Alter, beziehungsweise die nullte Folge. Ich hoffe, da kommt keiner. Bin ich echt am Arsch. So, auf den gönne ich mir direkt. Zack, den Hammer nehme ich mir auch. Okay. Da brauche ich gar nicht rein, zu gucken. Und da auch nicht. Weil hier gar nichts ist. Aber hier ist es doch. Schön. Gucken wir mich da was an. Ich wollte gerade sagen, irgendwas, naja, nice. Irgendwas Messliches brauche ich auf jeden Fall. Oh Mann, ey, ich kann doch nicht alles wegschmeißen. So, wie weit ist er weg? 200 Meter. Okay, komm. Weg damit. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich will den ja auch nicht alleine laufen. Alleine laufen lassen. So, da runter springen will ich auch ungerne. Aber das hier passt doch, oder? Komm schon, komm schon. Nice. Okay, warte. Oh, Donner stirbt. Nein, Donner stirbt. Ich komme und rette dich. Er wird sterben. Shit. Shit. Ja, ich muss ihn zur Justiz zwingen. Da oben ist er. Fuck. Das muss ich jetzt rächen. Ich werde dich rächen, mein Freund. Mal gucken, ob ich dabei drauf gehen werde. Sack. Du hast ihn getötet. Und dafür musstest du sterben. Ja, der hat einen Bro. Mass Penetration? Ja, dein Kollege war die auch noch killen. Ah, nee, du hast ihn ja gek... Oh, fuck. Idiot. So, die kennen sich, glaube ich, noch nicht ganz so gut aus. Wenn ich jetzt sterbe, ist es nicht ganz so schlimm. Ich überlege sowieso die Runde dann... ...zu wiederholen. Weil, naja, im Koop alleine ist ein bisschen blöd. Na, das wird nichts, das wird nichts. Obwohl, ich würde ihn doch gerne noch killen. Pfefferspray hat er gar nicht mehr. Alles klar, das war's. Ich bin tot. Okay, das nächste ist schlimm. Wir gehen dann einfach direkt in die nächste Runde. Das war ja eine relativ kurze Runde. Wir haben uns nicht mal gefunden. Schade eigentlich. Aber wir gehen einfach weiter. Also, bis gleich. Okay, da sind wir auch schon in eine neue Runde gelandet hier direkt. Wow. Diesmal hoffentlich auch mit weniger Abstand zum Teampartner. Danke, Kaling. Äh, okay. Anfangs ruckelt's, wie gesagt. Gerne mal. Aber nur mit der Aufnahme. Also, Elgato. Wie gesagt, Kart is nice. Software ein bisschen komisch. Also, ich konnte jetzt, äh, auf 1080p und mit allen Einstellungen auf High gerne ganz gut spielen. Jetzt mit Aufnahme nicht ganz so sehr. Hab's aber auf 900p. Sollte jedenfalls besser aussehen als beim letzten Mal. Ich werd's auch mit ein bisschen mehr Mbit rendern. Dann sieht's auch nicht so grottig aus. So ist der Donner denn. 400 Meter. Er entfernt sich grad ein bisschen. Warte mal, ich hör. Ich hör. Aha. Da haben wir's doch. Also, The Kaling wäre, wie gesagt, echt richtig gut geeignet für die Oculus Rift. Zusammen mit diesen, äh, 3D-Kopfhörern, die die grad entwickeln. Die den Sound quasi, ähm, ja so, auch im 3D-Raum simulieren. Also, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mal... Oh. Kommt da einer. Fuck. Wo ist der Typ? Was ist denn da für ne Waffe, die will ich haben? Speere dich, mein Freund. Ah, okay. Der hält nicht so viel aus. Der hat auch gar keinen Bock mehr, glaub ich. Der will einfach nur noch sterben. Zack. Ha. So geht das. Hehehe. Nice. Hoffentlich kommt sein Kollege nicht. Und hoffentlich treffen wir Donner. Wir haben ihn einfach schön gekillt. Sehr schön. Alter, wo kann ich mich heilen? Ich muss mich eben schnell heilen, bevor ich hier irgendwas durchsuche. Ach, da hinten, glaub ich aber. Jetzt, wo ich grad schon hier bin. Nein, das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Okay. Okay. So, machen wir das. Und dann nehmen wir das. Und dann nehmen wir das. Alter, ich bin so ein Zeitverschwender. Aber ich bin reich. Okay, da hinten ist Donner. Donner, hilf mir. Donner hört mich nicht. Okay, wird sein, dass ich grad kämpfe. Dann wird er rauskommen. Shit. Was auf den Speer jage ich dir in den Rücken, Alter. Pass auf, pass auf, pass auf. Shit. Mist, ich wollte mich eigentlich heilen. Das ist echt suboptimal gelaufen. Und ich treffe ihn nicht. Das gibt's doch gar nicht. Okay, ich bin grad ein bisschen am Arsch. Aber der Donner regelt das schon. Obwohl, äh, noch zu erwähnen, Donner ist jetzt kein übelster Pro. Er ist selbst noch Anfänger. Kann ich ja nicht rumhaten hier. Obwohl das hier relativ gut läuft gerade. Was hat der da? Ein Mantracker. Hier, ich geb's dir mal den schwer. Der Contestant received a major beast down. So much did it killed. Oh. Gas geht da los. So, ja, das Messer soll er sich nehmen. Donner. Da. Nimm dir das Messer. Nimm dir das Messer. X das. X das auf jeden Fall. Okay, wo ist der nächste Gegner? Der ist in dieser Richtung. Es ist einfach so, ähm, ein ganz anderes Kampfsystem, wenn du wirklich ein Teammate hast, der dir dabei hilft, irgendjemanden umzubringen. Auch wenn du so 2 vs. 2 spielst, dann kannst du den einen wirklich, ja, quasi abwechselnd töten oder je nachdem. Man kann sich halt neue Taktiken ausdenken. Das ist einfach ziemlich cool. Wo sind denn die Typen? Okay, in diese Richtung. Da hinten sind sie schon. Die sollten wir doch kriegen. Die kämpfen doch gegeneinander, wie es aussieht. Ha! Habt dich mit meinem Hammer getroffen, Kollege. Es wird hier nicht wieder, ist egal. Mit dem Hammer kann ich eh nicht so viel anfangen, obwohl verkaufen könnte ich den. Nice! Was hat er getan? Donner hat uns umgebracht. Der Donner hat uns umgebracht. Wir waren so gut drin. Und er löst eine Explosion aus. Alter, ich hatte 95 Leben. Wie konnte ich da sterben? Alter, voll krass. Alter, nice. Okay. Das war auch noch eine 5 Minuten Runde, ne? Okay, dann machen wir noch eine Runde. Und dann, ja, sehen wir uns dann gleich. Und hoffentlich diesmal ohne Selbstmord. Oder? Oder? Messer im Rücken. Alter, der wäre fast gestorben. Werden die so zerstört. Warte mal. Passiert da was? Interessantes noch. Nice. Einfach mal AFK sch... Was ist das denn? Alter, mit einem HP läuft der durch. Nice. Okay. Okay, wir sehen uns in der nächsten Runde. Haut da rein. Bis gleich. So, alle guten Dinge sind drei. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt irgendwas reißen können. Der letzte Tod war ja ein bisschen tragisch, muss man sagen. Alla, alles klar. Ich knüppel mir eben einen Stein hier raus. Bam, bam, boom. Hm, okay, okay. Messercraft, ich höre irgendwo fliegen. Ich, da werde ich nochmal ganz kurz analysieren müssen. Okay, da lagen überall Steine. Und hier sind die Fliegen. Das nehme ich mir mal ganz schnell. Zehn Funk sind ja immer was wert. Alter, und ich hatte so viel Geld. Ich hatte 100 Funk knapp. Alter, das war echt ärgerlich. Naja, gut. Vielleicht schaffen wir in dieser Runde genau das Gleiche. Ah. Ein Item Crate. Nein, das wollte ich nicht. Adieu, Messer. Ich brauche eigentlich nicht mehr. Ähm. Doch zum Werfen, komm. Hab ja eh noch einen Platz frei. Von daher, hm. Why not. Kann man ja immer noch werfen, genau wie das. Aber das kann man auch sein lassen. Das ist schon echt eine, äh. Ah, eine Stufe stärker, kann man sagen. So. La, 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 la. Äh, ich kann ja mal erwähnen, äh, wir haben ja, wie gesagt, ein bisschen ausprobiert hier mit dem Online-Modus. Hä? Warum ist er auf einmal da? Ach so. Weil ich hier in eine komische Richtung laufe. Ähm. Ist da einer? Ich hab's mal erklärt mit dem Online-Modus. Obwohl das, warte mal, ich muss den eben killen. Fuck. Okay. Junge, konzentrier dich. Okay, das war ziemlich dumm von mir. Ich werde sterben. Ich muss Zeit schinden, damit Donner kommt. Aber der geht immer weiter weg von mir. Das ist sehr, naja, suboptimal. Aber er verliert auch Leben dadurch. Ich muss Zeit schinden. Aber ich verlier auch Leben. Shit, shit, shit. Das könnte richtig knapp werden. Ich bin da richtig ruhig. Sorry. Ja. 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 Holy moly, Alter. Holy moly. Ich hab alles auf eine Karte gesetzt. Wo ist mein verdammtes Knife? Messer? Machete? Mir egal. Ich hab alles auf eine Karte gesetzt. Ich musste es werfen. Fuck. Wo kann ich mich heilen? Ich hab mich auch ziemlich ziemlich angestellt. Ich dachte jetzt, das wär schon. Alter, ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ich muss an den Baum. Kann ich schneller mit der Machete Holz abhacken? Oder? Vier, fünf, fünf Stück? Ich hoffe, da kommt keiner. Eben mal eine Bandage. Wenigstens eine Bandage gönnen. Damit ich ganz so am Arsch bin. Dann kann ich da hinten vielleicht noch in den Raum. Oh. Kämpft der Donner? Okay, ich brauch ein bisschen Hilfe. Okay, wir müssen nach da oben hin, damit ich mich heilen kann. Weil ich hatte gerade einen Kampf hinter mir. Ich weiß nicht, ob er das gesehen hat. Weil man kann ja links die Leiste beobachten. Ist hier so ein Ding zum Heilen? Ich hoffe es doch. Ja. Oh, mein Leben ist gerettet. So, ich schreibe mal da ganz kurz, damit der Donner Bescheid weiß. Alter, das war gerade echt richtig knapp. Ei, ei, ei. Ich dachte schon, das war es mit meinem Dasein. Aber da habe ich ja noch auf irgendeine Art und Weise etwas Glück gehabt. Nein, er klaut mir alles. So, die Kiste ist schon offen. Hier ist ja alles offen. Jemand war schon hier. Nö, ich war nicht hier. Das heißt, wir sind hier fast um uns gewesen. Abgesehen davon, dass ich mein Leben gerettet, äh, ja, gesaved habe quasi. Ne, das will ich nicht verkaufen. So, wo ist der Nächste? Come on, Donner. Thunder, one, two, three. Wir müssen jetzt ein bisschen da hinten. Da ist ja eventuell noch was, aber wenn da, wenn da oben schon leer war, dann hier wahrscheinlich auch. Yo. So, kommst du, Rona? Ach so, da warst du, alles klar. Okay, Donner, wir laufen in diese Richtung. Oder so. So. Vielleicht können wir... Random Airdrop. Vielleicht können wir damit hier einen killen. Ich weiß nicht. Stand aber drin. In dem, in dem, in dem Funk-Ding. Da kommt ja auch Gas. Fuck. Wir sind am Arsch. Wir sind offiziell am Arsch. Scheiße. Ist doch da hinter mir. Das ist jetzt echt blöd, wenn wir mal hier krepieren würden, wegen Gas. Wobei wir eins davon auch selbst aktiviert haben. Das wäre ziemlich dämlich. Ich habe doch was gehört. Da hinten, da rasieren sich, glaube ich, welche. Wenn mein Headset mich nicht täuscht. Ich habe irgendwas gehört. Ganz leise. Okay, Donner ist hinter mir. Ja. Ich habe es doch gehört. Ich kann meinem Gehör vertrauen. Wo war das denn was da oben? Aua. Shit. Das war dämlich. Ich bin jetzt eben ganz kurz im Cripple. Wo war der denn? Da hinten. Scheiße. Fuck. Ich bin am Arsch. Okay, okay, okay. Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig, Leute. Jetzt wird es kritisch. Ich muss eben den Status hinter mich bringen. Nein, ich muss Donner helfen. Oh. Oh, er hat ein dickes Schwert. Okay, erstmal rasieren wir ihn hier. Okay, das war es mit Donner. Okay, das war es mit mir. Das war es mit mir, Jungs. Mein Dasein ist beendet. Alter, die sind ja richtig rasant. Ahm. Ja. Die Runde war jetzt ein bisschen länger, aber... Wir wurden dann wenig rasiert. Schade. Echt schade. Ähm, ja. Vielleicht können wir beim nächsten Mal irgendwas reißen. Ich würde sagen, das war es für die heutige Folge. Wir sind es dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wenn euch der Kalling gefällt, einfach mal. Däumchen ist immer drin. Und wir sehen uns dann hoffentlich in deren Nestenfolge. Da hinten ist noch Blut von mir im Gras. Und ich sag da mal, adieu, haut doch rein. Und bis dann. Ciao.